Hallo liebe Follower. Wir wissen heute nicht, was wir zum Mittag essen sollen. Pizza Salami ist ein bisschen zu langweilig, deswegen haben wir gedacht, lassen wir euch mal entscheiden. Welche Belege kommen auf unsere Pizza, die wir heute essen sollen? Also die Pizza der Online-Redaktion. Was war das Schlimmste, was du immer gegessen hast? Das Schlimmste, glaube ich, war eine Pizza mit Champignons aus der Dose und Artischockenherzen. Ich kann's toppen. Ich hatte mal Steak mit Spargel und Sauce Hollandaise. Danke.